Mikronährstoffe und Homöopathie. Passt das überhaupt zusammen oder stehen sich die beiden wie Feuer und Wasser widersprüchlich gegeneinander? Darüber spreche ich heute mit dem Arzt Günther Karl Hartner. Er ist der Gründer von Kamanander ganzheitlich gesund. Mein Name ist Klaas Krüger und zusammen mit meiner Frau betreibe ich das Gesundheitsportal Sei Stolz auf Dich. Karl, herzlich willkommen und vielen Dank für Deine Zeit. Hallo Klaas, freut mich. Karl, Du bist ja selber in Deiner eigenen Praxis, arbeitest Du viel mit Labordiagnostik. Seit vielen Jahren kennst Du die Labore, die Laborwerte Deiner Patienten und stellst sie daraufhin eben auch ein, was ihnen an Mikronährstoffen fehlt. Hast das überhaupt mit Homöopathie zusammen? Was ist da Deine Meinung, Deine persönliche Erfahrung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also mit der Homöopathie zum Beispiel beschäftige ich mich jetzt schon seit 30 Jahren. Und ich halte von der Homöopathie sehr viel. Das ist der Erfolg gibt Recht, sage ich hier. Meine Erfahrung mit meinen Patienten mit der Homöopathie ist sehr, sehr positiv. Allerdings gibt es auch Patienten, das darf ich sagen, die halten von der Homöopathie nicht so viel, weil sie einfach die Kenntnisse nicht haben und dann lasse ich die weg. Das wollte ich gleich mal zu Beginn sagen. Ich gehe also auch hier auf den Patienten ein und ich teile das dann ein, unsere Therapie. Wir machen also erstmal eine gute Diagnostik, unter anderem mit einer guten Labordiagnostik, wo wir auch sehen, fehlen irgendwelche Nährstoffe. Warum fehlen die Nährstoffe? Auch angepasst an die Krankheitsbilder unserer Patienten selbstverständlich. Und dann haben wir ja eine Stufentherapie oder ich sage immer eine Therapiemöglichkeit auf mehreren Ebenen. Da gibt es die Nährstofftherapie. Das ist die essentielle Therapie. Wir brauchen bestimmte Nährstoffe unbedingt zum Leben. Das ist wie wenn das Auto zu wenig Öl hat. Das funktioniert dann auch irgendwann nicht mehr. Und es gibt natürlich deutlich mehr Therapiemöglichkeiten in der regulativen oder integrativen Medizin. Und dazu gehört unter anderem auch, oder gehören die ganzen Facetten der Homöopathie. Es gibt die klassische Homöopathie. Es gibt die Schüsselersalze, die kennen auch viele. Es gibt die anthroposophische Homöopathie, darf ich mal so sagen. Spagyrik-Komplexmittel-Homöopathie und so weiter. Also, das heißt, nehmen wir vielleicht mal nur einen Wert mal raus. Nehmen wir zum Beispiel mal Eisen. Ja, wenn du eben siehst, ein Patient bei dir hat einen Eisenmangel, liegt am unteren Wert, dann würde man orthomolekularisch denken, okay, ich gebe jetzt vielleicht sogar Eiseninfusionen. Ich nehme ein Eisenpräparat zu mir und homöopathisch gedacht oder eher bei den Schüsselersalzen gedacht, okay, das wäre dann etwas Ferrumphosphoricum vielleicht. Und du sagst, das ließe sich schon miteinander kombinieren. Genau, das ist eine, du hast ein sehr schönes angeführt. Wir sehen hier das Schüsselerprinzip. Wir sehen, es ist zu wenig Eisen da. Warum ist so wenig Eisen da? Haben viele einen Eisenmangel. Ferritin ist unten. Da müssen wir schauen, hat der A genügend Eisen im Körper? Da schauen wir ja auch nach. Und wenn nicht genügend Eisen da ist, dann geben wir Eisen. Als Infusion oder als Curryblatt oder Ähnliches. So, um es substituieren. Da sollte man auch nachschauen, weil viele haben genügend Eisen, aber es kann nicht eingelagert werden als Ferritin in die Leber, in das Speichereisen. Da müssen wir gucken, sind die Botenstoffe da, die man braucht, wie zum Beispiel Vitamin B12 und Vitamin C zum Beispiel und weiteres. Und, mal eingenommen, die sind auch da, dann kann man sich fragen, jetzt Moment mal, da fehlt ja die Information. Jetzt gehen wir auf eine andere Ebene. Und geben dann zum Beispiel Ferrum Phosphoricum oder Ferrum Metallicum oder Ferrum Sulfuricum etc. in einer bestimmten Potenz, die dann auch der Therapeut oder in dem Fall ich dann bestimmen sollte. Eine bestimmte homöopathische Potenz. Und geben das noch dazu oder ein Kombipräparat. Es gibt auch gute Kombipräparate. Ferrum-Kombipräparate in der Apotheke zu kaufen. Und dann haben wir zwei Ebenen. Und auch zum Beispiel, wenn ich Eiseninfusionen gebe in meiner Praxis, gebe ich immer eine homöopathische Mischung aus den verschiedenen homöopathischen Eisenpräparaten dazu in die Infusionslösung hinein. Dass der Körper gleichzeitig die Information bekommt des Eisens, möchte ich mal sagen. Ganz einfach. So wie Schüssler das auch gemacht hat. Kann ich mir das so vorstellen, wenn du sagst, eben die Information mit beigeben? Ich bin ja selber Laie. Kann ich mir das so vielleicht vorstellen, dass vielleicht diese Information im Prinzip der Schlüssel ist, der das Tor aufsperrt? Und dann erst eben möglich ist, dass der Körper auch eben diese Mikronährstoffe tatsächlich auch aufnehmen kann? Letzten Endes ist das der Schlüssel. Was wir häufig sehen, ist eben eine Dysregulation unter anderem der Mineralien. Nehmen wir mal auch das Magnesium zum Beispiel, was nicht richtig in der Zelle ankommt. Und dann müssen wir das Gleiche schauen, ist genügend Magnesium da? Wenn ja, warum geht das Magnesium nicht in die Zelle hinein, da wo es hingehört? Gibt es auch verschiedene Gründe. Und dann können wir natürlich mit Schüsselersalzen und anderer Homöopathie da die Information geben, was der Körper braucht. Der hat das Vergessen der Körper dann. So kann man es auch nennen. Wir haben also noch eine weitere Ebene, einen weiteren Therapiepfeil, dies zu behandeln. Und bei vielen Patienten reicht es ja auch schon, wenn sie die Homöopathie bekommen und gar kein Magnesium oder Eisen dann dazu. Dann darf ich was weiteres erwähnen. Das wäre die Schüsseler-Methode, dass wir Gleiches mit Gleichem behandeln als den gleichen Stoff geben. Wenn zum Beispiel jemand eine Vitamin-D-Verwertungsstörung hat, dann geben wir auch das Vitamin-D-Homöopathisiert oder Vitamin-C oder Zink. Da kann man auch weiterdenken. Okay, das war das Erste. Dann gibt es aber noch die klassische Homöopathie, die mir sehr am Herzen liegt, wo der Therapeut, der klassische Homöopath, ein Konstitutionsmittel heraussucht, das möglichst auf die gesamte Symptomatik, also mental und auch körperlich auf den Patienten passt. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist ein Einzelmittel in der klassischen Homöopathie. Und dass dieses Einzelmittel wirken kann auf den gesamten Organismus in ganzheitlicher Sichtweise, sollte natürlich der Körper auch in der Lage sein, dies umzusetzen. Ich vergleiche es nochmals mit dem Auto. Wenn dem Auto Öl fehlt, dann kann man das Öl nachfüllen. Wenn dem Auto Öl fehlt und es hat einen Defekt, das Auto. Irgendwas ist kaputt, was der Automechaniker reparieren muss. Dann muss der Automechaniker die Reparatur durchführen, aber auch bitte das Öl nachfüllen. Und die Homöopathie ist quasi der Automechaniker, der repariert. Aber Grundlage wäre, dass auch das Öl im Auto ist. Das wären die bestimmten Nährstoffe, die wir brauchen. Sonst kann der Körper ja gar nicht richtig funktionieren. Und das wird häufig übersehen. Natürlich spielen da auch noch andere Dinge eine Rolle. Die Epigenetik zum Beispiel. Wenn bestimmte Entgiftungsgeschichten im Körper nicht mehr richtig funktionieren, die Leute zu sehr, in Anführungszeichen, vergiftet oder giftbelastet sind mit irgendwelchen Umweltgiften, dann setzt das auch Blockaden. Und dann kann manchmal auch die Homöopathie nicht mehr richtig funktionieren. Also je besser wir den Körper in eine Regulation reinbringen, durch zum Beispiel Nähr- oder Mikronährstoffe, desto besser kann dann die Homöopathie funktionieren. Also es geht Hand in Hand, Homöopathie und Nährstofftherapie. Ja, also ich brauche schon, um eben einen Erfolg zu erzielen, brauche ich eben beides. Und das eben individuell, weil es eben sein kann, wenn tatsächlich der Körper aus den unterschiedlichsten Gründen diese Information eben nicht hat und eben die Nährstoffe, die er bekommt, auch wenn es Nahrungsergänzungsmittel sind, kann es einfach sein, dass die dann ohne den gewünschten Effekt einfach so durchrauschen durch den Körper. Hast du da mal vielleicht ein eindrückliches Patientenbeispiel mal aus deiner langjährigen Erfahrung? Ja, mir fällt gerade was Interessantes ein. Damals, das ist schon lange her jetzt, also schon über 20 Jahre, da habe ich die ärztliche homöopathische Ausbildung gemacht. Das ist ja auch ein ziemlich langes Prozedere. Und da war also ein Dozent, ein Arzt stand vorne und hat den Unterricht gehalten. Und zwar, also es war eine ärztliche, da waren nur Ärzte drin, das ist so. Und der hat eine kleine Klinik gehabt für Krebsmedizin oder, ja, homöopathische Krebsmedizin, muss man sagen. Und er hat uns dann den Fall geschildert und hat dann gesagt, so, dann haben wir dies und jenes Mittel gegeben und dann ist dem Patienten so und so gegangen und überhaupt. Und da habe ich damals schon gestreckt und habe gesagt, so, ja, wie, und haben Sie auch nach dem Selen und nach dem Vitamin D geschaut? Das habe ich damals ja auch schon gewusst. Dann hat er damals gesagt, nein, damit kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, es wäre wichtig, aber wir machen das nicht, da kennen wir uns nicht aus. Das war so ein Schlüsselmoment von mir, wo ich gesagt habe, Mensch, Moment mal. Es muss beides gemacht werden. Entweder hätte dieser Arzt, müsste dieser Arzt seine Patienten zu einem kundigen Mikronährstoffarzt oder Therapeuten schicken oder er hätte es integrieren sollen. Ich habe gesagt damals, ich integriere das Ganze. Ich mache dann beides, weil ich kann beides und noch mehr. Und das ist so ein typisches Beispiel. Und natürlich ist es so, dass wir in unserer Praxis sehen, sehen, dass die Patienten bei vielen Erkrankungen eben sehr schnell darauf positiv reagieren mit unserer Therapie, wenn wir eben noch die Homöopathie dazugeben. Und das darf ich auch mal so erläutern. Häufig machen wir ein Labor und wir sagen dann, ich mache es mit dem Patienten aus, wir warten jetzt erstmal die Laborergebnisse ab, bevor wir die Mikronährstoffe geben. Dann sehen wir ja, wie viel Vitamin D man geben muss, wie viel Vitamin C, Zink, Selen und so weiter. Das sehen wir im Labor dann. Magnesium, Kalium etc. Aber wir fangen jetzt schon heute mit der zum Beispiel Homöopathie an. Und dann warten wir das Laborergebnis ab. Das haben wir dann in drei oder vier Wochen. Und dann haben wir hier schon mal eine Therapie angefangen. Dann kommen die Patienten wieder zu mir und erzählen mir dann, wie es ihnen geht. Und wir haben da super Erfolge allein dann mit der Homöopathie schon gesehen. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und dann sehe ich auch, Moment mal, klasse, das funktioniert. Und natürlich bei so akuten Geschichten, wie jemand hat sich verrenkt, jemand hat einen Hexenschuss, jemand hat eine akute Erkältung oder ähnliches. Oder Kopfschmerzen, ähnliches. Und wir geben Homöopathie. Und haben hier sehr häufig eine sehr schnelle Heilung. Und ich sage immer, sie können sich das einbilden oder nicht. Jetzt nehmen sie einfach die Globuli ein und dann gucken wir, was passiert. Das hat ja keine Nebenwirkungen. Und häufig ist es so, dass die Patienten, dass denen zum Beispiel schon nach ein paar Stunden schon deutlich besser geht. Also es ist wirklich erstaunlich, was ich da schon gesehen habe. Ja, da könnte ich ganz viele Beispiele jetzt erzählen. Ja, okay, alles klar. Also tatsächlich sagst du, aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung zeigt sich, dass eben die Kombination Mikronährstoff und Homöopathie sich überhaupt nicht ausschließen, sondern eigentlich zusammen eigentlich viel mehr bewirken als jeder Bestandteil nur einzeln. Sie gehen Hand in Hand. Man kann es auch integrativ nennen, ganz klar. Die Homöopathie ist natürlich immer zusätzlich zu Mikronährstoffen, zur Ernährungstherapie, aber auch natürlich immer mit Absprache dem behandelnden Arzt zu Medikamenten, die gegeben werden, eine gute Idee. Inwieweit sie dann wirkt, das sieht man dann, weil es ja nur eine Informationsmedizin ist. Die muss natürlich auch funktionieren, in dem Sinne, dass sie die richtige Resonanz trifft. Wenn wir irgendein homöopathisches Mittel geben, macht es ja gar nichts. Also wenn da ein guter homöopathischer Therapeut rangeht und zusätzlich zu der ganzen integrativen Medizin, und dazu gehört auch die Schulmedizin, homöopathisch mitbehandelt, dann haben wir einen zusätzlichen Therapiepfeil. Und wenn der trifft, dann geht es den Patienten besser, ganz einfach. Ja, Karl, all dieses Wissen auch über die ganze Informationsmedizin, das alles hast du ja vor kurzem zusammengepackt, dein ganzes Wissen zusammengetragen in einer eigenen Akademie, wo sich die Mitglieder eben auch noch viel mehr all dieser Informationen auch noch mal besorgen können. Vielleicht sagst du da noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal zwei Sätze dazu. Ja, in unserer Akademie gehen wir den gesamten Menschen durch, monatsweise immer ein neues Thema. Und das ist eine Jahresakademie, da kann man jeden Monat einsteigen und eine Lehrakademie mit Live-Zooms, mit Interviews, mit Live-Webinaren, mit einem Austausch in der Community. Wir beantworten auch die Fragen, gibt es auch eine App dazu, kann man auch auf dem Handy dann reingehen, dass wir einfach in eine gute Community hier bilden, wo wir schon sind und dieses Wissen einfach weitergeben dürfen. Das ist eine tolle Sache, das ist so eine Vision von meiner Frau und von mir. Großartig. Das werden wir gerne noch mal verlinken für alle, die sich da weiter interessieren und da persönlich sich weiterbilden möchten. Karl, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Klaas. Freut mich. Ciao.